Wir sind Jenny und Basti und falls ihr euch für Wanderungen und Städtereisen interessiert, dann seid ihr auf unserem Kanal genau richtig. Wir präsentieren in unseren Videos verschiedene Städte, die durch wunderschöne Landschaften eine Wanderung wert sind. Da es im Moment schwierig ist zu reisen, erkunden wir derzeit unsere eigene Heimat. Heute nehmen wir euch auf eine kleine Tour durch Bad Salzuflen mit. Die Strecke ist ca. 8 km lang und geht auch am Bismarckturm vorbei. Der Bismarckturm ist 18 Meter hoch und wurde 1900 zu Ehren von Otto von Bismarck erbaut. Normalerweise kann man auch auf den Turm draufgehen, das ist zu Corona-Zeiten aber nicht so einfach. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Aussicht hier ist einfach der Wahnsinn. Da hinten sieht man den Teutoburger Wald und sogar auch die Stadt Bad Setzöfflen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie fühlen Sie sich? Ja, diese frische Luft hier tut mir echt gut. Snyde. Musik Wir haben die Wanderung erfolgreich abgeschlossen und können sagen, dass es sich wirklich lohnt. Die Aussichten und Kleinwege sind unfassbar schön und deshalb kommen wir auf jeden Fall wieder und machen noch eine größere Wanderung. Den Link zur Strecke stellen wir wieder in der Videobeschreibung zur Verfügung.